Das Libby ist hier. Vor die Halfter. Sehr gut. Probieren wir es einfach mal. Ich brauche noch ein paar Kekse. So, gleich geht es los. Es weht draußen, alles weg. Was ist das Wetter? Was ist das Wetter? Mein Strick ist weg. Was ist das Wetter? Nein. Der ist nämlich schön. Leicht. Wo ist dein Halfter? Da unten. Ich habe es. Ich könnte auch eine Regenbogenhälfte aufziehen. Ich brauche auch noch ein neues Halfter. Ja, weil die brauchen wirklich ein neues. Bist du schon wieder dabei, dein Pfohn hier rauszuschmeißen? Ne? Hat die Mama schon wieder geärgert. Warte mal. Mann, Mama schimpft dich sowieso gleich. Sag ich doch. Mama will in Ruhe ihr Heu fressen. Hält sich selber fest. Komm mit. Komm. Komm. Komm hier. Wie ein großer. Ein großer störrischer Esel. So, komm. So. Brrr. So. Großer störrischer Esel. Ne? Ja. Brrrt. Das ist ein Siloball. Halt. Zui, bitte. So. Kör mal mit. Nein. Okay. Nein. Nein. Halt. Nein. Halt. Eine Halle, lass doch mal in die Halle gehen. Wir haben was verloren. Ja, die ist da ein bisschen doof. Ja, ja, fein, okay, das machst du einmal los. Du bist manchmal echt nicht diejenige, die mit Intelligenz vollkommen gesegnet ist. Willst du vorgehen? Ja. Ja. Zoe, komm mal her, Zoe. Feine Mann, feine Mann, fein, komm, fein, fein, komm, komm, fein. Nee. Brrrr. Warte. Ja. Fijn. Ja. Ja. Brrrr. Ja. Brrrr. Ja. Brrrr. 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 Ja. Fijn. Okay. Fijn. Fijn. Der juckt, der juckt, der ist fein, komm, komm mit, ihr fein, komm hier, komm, komm hier, feiner Mann, na, muss man alles lernen, Sui. Ja, 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 ich, nein. Warte, wenn er sich so einen Körper festhält, dieser ist so schön dreckig, Kühlbastel. Das ist ja geil, ne? Was war das für ein Move, alle vier in eine andere Richtung, alle Füße. Na, Fahne? Ich bin gespannt, was die Mama sagt, wenn er da reinbeißt. Ich bin gespannt, was die Mama sagt, was die Mama sagt, was die Mama sagt, was die Mama sagt. Jetzt sprudel doch mal. Ich weiß, ich stehe gleich um. Jetzt sind die da rauf, die Seifen los. Die müssen mal mehr rauskommen. Ich hoffe jetzt, dass die rauskommen. Komm, komm, die greifen dich an. Komm, wie der wartet, ne? Wie der wartet, blick, jetzt hat er wieder einen. Jetzt wieder. Ich bin schon so ein geiler Knuffel. Du hast heute echt eine Geduld, ne? Mit den Seifenblasen hier. Das ist geil, wie der dann steht in unserer Wartezeit. Hä? So manchmal, wenn die Seifenblasen den falsch erwischen, dann stört es ihn mal kurz, ne? Aber ansonsten merkt er schon, da ist ja gar nichts, ne? Ich bin schon so ein geiler, das ist ja gar nichts. Ich bin schon so ein geiler.